Liebe Kunden, Partner und Freunde von K16, das Jahr 2020 war für viele von uns schwierig. Keine Frage. Bisher gab es weltweit rund 60 Millionen bestätigte Fälle von Covid-19. Etwa 1,4 Millionen Menschen haben die Krankheit nicht überlebt. Auch in Deutschland stellt uns die Corona-Pandemie vor enorme gesellschaftliche Herausforderungen. Jeder von uns kennt Menschen, die unmittelbar von der Pandemie betroffen sind. Angehörige, Partner und Freunde. Die Pandemie wirkt auch in alle wirtschaftlichen Bereiche hinein und bedroht die Existenz vieler Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen. Sie führt viele Menschen an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Menschen aus der Gesundheitsbranche, Angestellte im Einzelhandel. Ganze Branchen wie Kultur, Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche stehen vor existenziellen Ängsten. Normalerweise erhalten in diesen Tagen unsere Kundinnen und Kunden Post von uns in digitaler oder physischer Form. An unseren Weihnachtsaktionen sind eine Vielzahl von Menschen aus der Agentur beteiligt. Sie bringen Ideen ein, kreieren Postkarten, digitale Weihnachtskalender und vieles mehr. Sie konfektionieren, unterschreiben und frankieren die Post. Diese Aktionen machen enorm viel Spaß und sollen unseren Kundinnen und Kunden eine Wertschätzung entgegenbringen für das Vertrauen, was sie in vielen Projekten in uns gesetzt haben. Dieses Jahr allerdings ist kein normales Jahr. Daher verzichten wir auf eine aufwändige Weihnachtsaktion und setzen die Ressourcen für gemeinnützige Zwecke und Projekte ein, die versuchen, die Folgen der Pandemie für die vielen Betroffenen abzumildern. Wir spenden deshalb insgesamt 5000 Euro an die Corona-Direkthilfe im Rahmen der Aktion Weihnachtsmann und ermöglichen so 250 Kindern aus sozial geschwächten Familien ein Geschenk im Wert von 20 Euro zu erhalten. Vielleicht inspiriert unsere Spende auch Sie dazu zu spenden und der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Wenn Sie mögen, schließen Sie sich uns gerne an. Den Link für die Corona-Direkthilfe finden Sie unter diesem Video. Wir wünschen Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und einen guten Rundsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.